ja hallo meine freunde willkommen auf meinem kanal ja lang ist es her mit filmupdates ja was heißt lang aber ist schon ein bisschen her ja ich hatte erst vor kurzem geburtstag und hab damals ja paar sachen bekommen paar filme und hat selbst noch ein paar filme gekauft im laden paar schnäppchen gemacht ja die stelle ich euch jetzt eben kurz vor fangen wir an mit meinen sachen die ich gekauft habe im laden günstig ja fahren wir mal an ja howling der kill in dir habe ich ganz günstig bekommen für 1 99 aus dem kick ja habe ich mir mal mitgenommen spontan geguckt so ja vielleicht sehr was klingt nicht schlecht wo die story so ein bisschen habe ich mir gehört so das war nummer eins dann habe ich mir das hier gegönnt operation chromite mit leben niesen die story und der trailer war auch nicht schlecht habe ich mir für mich vorher mal so ein bisschen erkundigt so vor längerer zeit habe ich den da auch spontan gesehen bei krieg auch für 1 99 ist auch soweit wie ich weiß auch umgeschnitten ja auch nicht schlecht ja das war noch mal zwei jetzt kommt noch einer inside man ich meine dass ich den letztens noch bei media markt gesehen habe für 14 euro natürlich auch für 1 99 bei kick ich meine habe ich da wirklich auch gesehen bei mir der markt dass da irgendwo stand für für 14 euro oder so das auch ganz gut sein so die story habe ich so niemals mit mit aufruhe und und korruption aber so genau weiß ich das ist auch nicht und es soweit 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 ich auch weiß auch geschnitten ja wenn der cover ja es kommt film nummer 4 terminus ja lachte auch rüber kriegt auf 1 99 soweit ich weiß ist da auch umgeschnitten weil ich schaue mal wenn ich mir die kaufe dann gucke ich mal ein bisschen danach ob die geschnitten sind umgeschnitten ja ich habe schon einige fehlkäufe gehabt aber jetzt macht man das immer vorher oder wenn man ja gut bei 1 euro film ist es egal da guckt man nicht nach eigentlich aber im nachhinein habe ich noch mal nachgeschaut aber es auch umgeschnitten weil ich weiß ja story ist auch somit ja fliegt was auf die erde ist ihm was außerirdisches da werden irgendwelche leute mit infiziert und ja so irgendwie sowas ist das also ganz genau weiß ich das dann nicht ich kenne ihn noch nicht so ein trainer habe ich müssen angesehen aber ja auch nicht schlecht für 1 99 ja jetzt kommen wir zu meinen geburtstagsgeschenken von meinem besten freund ja snuff tape anthology von black lava l gors snuff tape ja ein special geschenk von ihm da habe ich mich sehr darüber gefreut dass mein erstes black lava meine erste blätter war dvd also ich gibt ja auch solche sachen also von daher so etwas härtere sachen ja das ist mein special geschenk von ihm habe ich mich sehr darüber gefreut und da war noch eine beipack cd dabei den soundtrack als austausch cd weil auf der anderen soundtracks cd waren irgendwie halt fehler und jetzt habe ich halt die dabei bekommen aber sehr gut perfekt ja dann fangen wir mal an mit dem nächsten patrick habe ich auch bekommen von ihm als geschenk war als gratis versand geschenkt dabei hat er mir dann auch nochmals extra geschenkt also es gibt es als gratis versand geschenkt hat er mir dann noch gegeben kann ich auch noch nicht so viel zu sagen patrick nur trailer kann nur gesehen ja das war das jetzt kommt das nächste auch als geschenk von ihm ein casino der hat mir noch gefehlt jetzt habe ich nämlich perfekt auch alles umgeschnitten casino sehr geiler film war auf meiner wunschliste jetzt habe ich ihn ja es kommt noch ein geschenk auch von meinem besten freund ja schatter der ist richtig geile trailer also wirklich gesehen habe heftig und natürlich nicht nur den natürlich auch das remake ja schatter remake ich muss sagen der remake ging war gut aber der 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 originale schatter also der rechte hier den habe ich noch nicht ganz gesehen nur trailerweise also ich muss sagen von den trailern her war der die erstauflage hier am besten aber ich bin froh dass ich beide habe weil ich feiere ja solche filme sind ja so eine art wie sie quatsch mäßig wie call mäßig so ein bisschen so weit gehalten von denen also ich finde dass ich finde richtig gut die filme beide jeweils auch umgeschnitten der ist in der extended version version beide auf dvd aber top jetzt habe ich die auch endlich perfekt ja da kann noch was ganz besonderes auch noch ein geschenk final impact habe ich auch sehr viel von gehört schon kann natürlich nichts darüber sagen aber soll richtig hart sein und brutal und ich liebe ja auch kampffilme und ja perfekt gut sauber jetzt habe ich noch mehr kampffilme weil ich habe nicht so viele ist mir aufgefallen nur ein paar so und das war nicht der einzigste kampffilm ich habe noch ein bekommen von ihm als geschenk ja auch nicht schlecht auch einer von der harten sort auch indiziert auch komplett ungeschnitten wir bin ich mal echt gespannt wie die beiden kampffilme sind auch einer von der alten sort auch die filme ja da habe ich noch was richtig geiles bekommen von meiner frau ja prison break die komplette serie aber heißt die komplette serie es gibt es ja schon die feinde season 5 die hole ich mir aber noch nicht weil die noch viel zu teuer ist 30 euro für paar folgen nur das ist da war ich noch ein bisschen hier ist auf jeden fall die alle die ganzen alten season drin die man noch kennt von damals diesen 1 bis 4 und so feine break muss ich ehrlich gesagt ehrlich noch mal sagen feine break habe ich noch nicht gesehen weiß ich nicht dabei ich die anderen teile habe ich gesehen die anderen staffeln echt geile serie kann ich auch nur empfehlen ist sehr geil habe ich mir auf jahre schon immer wollte ich mir die hohen das ist immer aufgeschoben aber jetzt habe ich die ich stolz drauf prison break kann ich nur empfehlen leute kauft die mal oder schaue ich mal irgendwo an im internet richtig geil ja das war ja noch nicht alles jetzt kommen wir zu meiner heutigen ausbeute sage ich mal oder die in dem monat jetzt anfangen bis ende letzten monats habe ich mir noch ein paar filme so gekauft ja fangen wir mal weiter an noch ein kampffilm leon fandam ich feiere ihn ich habe ihn schon immer gefeiert jetzt habe ich auch so zirka 56 fandam film aber ich hole mir noch ein paar paar fehlen mir noch auch richtig geil also allgemein fandam filme sind geil leon sowieso also ich habe da so auch paar favoritenfilme auf jeden fall aber auch der ist auch richtig geil auch uncut remastered hd ja kann ich auch nur empfehlen fandam leute ja dann geht es weiter da habe ich mir einmal die hangover trilogie gekauft blu-ray soweit ich weiß auch ungeschnitten richtig geil jetzt habe ich es auch endlich mal die wollte ich mir auch schon immer zu legen aber ich war zu bequem zu faul keine ahnung aber jetzt habe ich jetzt habe ich richtig die filmsucht gepackt sage ich mal jetzt habe ich sie ähnlich auch alle also hangover trilogie sehr witzig leute sehr spannend auch ein bisschen ja ich finde es einfach richtig geil sage ich nur also kauft euch das ja wenn ihr wollt wenn ihr nicht wollt aber ist geil so es geht weiter ja die gremlins collection double feature 1 und 2 ja endlich habe ich sie aber ich die gefeiert hat damals immer noch kleiner war und die gesehen hat hat man ein bisschen angst davor aber richtig geil soweit ich weiß auch ungeschnitten habe ich auch nachgeschaut schnittberichte und so richtig geil die gremlins ja weil er jetzt ja könig der löwe meine freunde ja das ist mein kindheitsfilm habe ich zigmal geschaut kann immer noch zigmal schauen bis zu sonst was ja aber ja kindheitsänderungen kauft man sich gerne ja macht spaß sich anzusehen weiter geht's dann doch noch weiß trailer war geil übrigens muss ich sagen ich habe bei mediamarkt fünf filme zu einem preis gekauft also fünf filme für 25 euro und das war auch einer das war der auf jeden fall auch richtig spannend also auch soweit ich weiß ungeschnitten das war nummer eins von den fünf filmen jetzt kommt nummer zwei von den fünf filmen honig im kopf auch sehr guter film vom hören ich habe noch nicht gesehen muss ich unbedingt ansehen die tage der war auch bei der aktion dabei fünf für 25 euro ja mit die die halle von sehr guter schauspieler auch auch ganz gut gemacht alles auch sehr realität traut getreu sage ich also was ist ja auch wirklich so auch schlimm so was aber ein sehr witziger film so wie ich das schon gesehen hat im trailer so richtig cool ja das war der dritte film der dabei war den ausgesucht habe black mess mit johnny depp mafia film ein bisschen auf mafia mäßig den trailer habe ich mir angesehen und gesagt geil den muss ich mir holen wenn ich den finde habe ich gefunden perfekt kann ich den anderen trailer erstmal ansehen leute dann wirst du bescheid mache ich auch immer aber richtig geil black mess 123 es kommt nummer vier von fünf film ja moment monuments man ja auch sehr witziger film also ich habe ja auch noch nicht gesehen den trailer und habe ich auch gesagt ja dem muss ich mir irgendwann mal besorgen habe ich natürlich auch für zufall gefunden in der gabe kiste auch sehr gut ja monuments man george cloney und mit damen und die anderen kann man auch vom sehen und namen weiß ich jetzt nicht ja das war nur noch 1 2 3 4 5 und da ja ja da habe ich viel von gehört und viel von gesehen schon und sehr positiv ist da bewertet worden hätte ich nicht gedacht also mit tom hd unter anderem bekannt in der serie tabu und darin weiße später den den bain ja also auch wo ich den trailer gesehen habe der mich richtig umgehauen und habe gesagt den muss ich unbedingt haben den film und dann habe ich ihn durch zufall natürlich auch da eine kiste gefunden wie gesagt fünf filmes 25 euro kann man nichts zu sagen finde ich und das waren ja auch nicht schlechte filme die ich jetzt ausgesucht habe also der sehr trainer der war wow und die bewertung ich glaube neun von zehn hammer also kann ich auch nur empfehlen euch den trio in die sich euch den blub kann ich nur empfehlen dass euch den trailer auch mal anschaut ja ja auch richtig gute story und so auf jeden fall kann ich auch nur empfehlen ja weiter geht es und da war ich nur heute mal noch ein bisschen unterwegs und hat mich schon guckt haben natürlich auch tom hd film durch zufall gesehen und gedacht aber der ist ja auch richtig geil und das ist der hier legend oder legend wie man ausspricht wie egal tom hd spielt sich zweimal der ich wo ich den später gesehen habe alter ich habe gesagt wow dem muss ich sofort haben und sofort geguckt bei medienmarkt nach dem alphabet lll geguckt legend gefunden legend oder legend wie man spricht richtig geil und richtig gut gemacht also das spiel 2 ich kann aber nichts zu sagen weil ich habe die jetzt frisch gekauft ich habe ich habe mir nur die trailer angeschaut und gleich gesehen die musik haben also geil auf jeden fall vom trailer her ja sonst schreibt mir was in die kommentare wenn du was willst also ob die gut sind die filme ja weiter geht weiter geht es noch nicht zu ende nein meine kaufzucht die hat die ist weiter gestiegen ja weiter geht es ja oben meine freunde oben den film oder der ist so toll also ich habe den vor paar jahren gesehen man daraus kam irgendwann so die zufolge am kollegen und ich dachte das ist schon voll langweilig und so und dann so wird sie mit dem opa der auf jeden fall dann in seinem haus bleiben will und nicht weg will weil es abreißen wollen und dann irgendwann mit den luftballons und dann weg fliegt und ach richtig schön also richtig schöner kinder film familien film kann ja auch nur empfehlen wollen wir den leider auch blube holen aber da gab es den nicht habe ich mir gesagt egal wo ich mir das auf dvd ich sage mir ist es ja egal was ich finde wo ich mir was ich gut finde dass da nicht auf dvd oder blube liegt ist mir das egal weiter geht's ja living las vegas da habe ich auch schon ewig nach gesucht und wollte ich immer haben jetzt habe ich natürlich auch günstig bekommen ich glaube für sieben euro oder so besondere edition award-winning collection auch ungeschnitten weil ich weiß ja nicht schlecht habe ich noch endlich ja weiter geht's dann habe ich mir noch einmal so rings gegönnt das habe ich endlich alle so ringteile plus die alten allerersten die von früher da gab es noch damals so eine alten die ganz alten rings universum die habe ich auch alle jetzt habe ich die ganzen normalen ringteile noch was ich muss sagen ich habe ich habe ihn gesehen ich kann sagen der ist auch nicht scheiße der ist auch nicht der beste film ich sag so mit mittel dingen also ich finde den ja geht also ja die anderen teile waren tick besser fand ich so aber der war auch nicht schlecht also auch nicht scheiße es geht kann man sich vorgeben mit dem schauspieler von big bang der hier ich habe ich kann man sagen damit auf jeden fall nicht aber ja da war nicht schlecht sage ich so weiter geht's und da habe ich einmal ja mel gibson der mann ohne gesicht ein alter film habe ich mal durch zu habe ich mal die habe ich den gesehen im fernsehen ist schon länger her auf jeden fall ein paar jährchen glaube ich und dann hat man dem meine freundin auch besorgt so auf dem flohmarkt für zwei euro hat man mitgebracht und mich damit überrascht und er gesagt auch geil super auch ein toller film der inhalt weiß ich nicht mehr so genau wie der inhalt noch mal war aber der war nicht schlecht also kann man sich gut anschauen spannend auf jeden fall ja mit der gibsen der mann ohne gesicht ja jetzt kommen wir zum letzten schmuckstück aber ich richtig auf gefreut hat kann heute raus übrigens ja so war kinder meine freunde so war kindern endlich ist die staffel da die siebte staffel endlich endlich jetzt habe ich alle staffeln ja warum auf dvd fragt euch wahrscheinlich verholt sich keine besseren blu-way qualität mäßig ja ich habe damals kann nur player gehabt habe die dann die ersten beiden staffeln auf dvd kauft dann kann die dritte raus auf die für die kauft und dann war ich da mittendrin zu kaufen auf dvd auf die reihe habe ich gesagt weißt du was egal das will ich mir alle auf dvd und weil ich mag das nicht wenn ich dann eine hälfte auf dvd hat von einer serie die andere hefte auf mir auch blu-way holt und ich mag das nicht muss das alles schön gleichmäßig haben habe ich mir das dann noch gekauft auf dvd ja an cut auf jeden fall ja wer feiert so war kinder nicht mehr also ich feiere die serie sagt hat seit tag 1 ab und ich bleibe immer dabei bis sie zu ende geht und dann Nee das war es auf jeden fall meine freunde das war meine einkäufe und geschenke die ich bekommen habe Ja Wenn euch das gefallen hat könnt ihr gerne den daumen nach oben lassen würde mich freuen ihr könnt eure kommentare schreiben schreibt ihr was zu irgendwelchen film eure meinung oder was sie gut findet oder ob ihr mir tipps geben könnt oder bei irgendwelchen käufen oder könnt beschreiben was ihr wollt ich freue mich drüber auf jeden fall Ja dann war es erst mal von mir euch noch schönen tag schönen abend wie auch immer dann ja peace bis zum nächsten mal Ja hau rein ja Vielen Dank.